Hallo liebe Fußballfreunde, Thema RSFC Köln, Bundesliga 2023-2024, 15 Spieltag, SC Freiburg gegen RSFC Köln, Entgibnis 2 zu 0. Startelf, SC Freiburg, Achtubu, Stililia, Kindherr, Kulde, Makreko, Ekelstein, Höfler, Doan, Röhl, Riveau, Höler, Startelf, RCFC Köln, Schwebe, Schmitz, Hübers, Schabot, Finkker, Finkrikefe, Martell, Tillmann, Kainz, Lupik, Selke, Waldenschmied. Das war's von SC Freiburg gegen RSFC Köln, 19.53 Uhr.